Das ist meine erste Apple Watch und es ist die Apple Watch Series 8 in 41 mm in der neuen alten Farbe Silber und ich hatte immer überlegt, wenn ich zum iPhone wechsle und wirklich wieder die Gründe sammle, die für iOS sprechen, auch für einen Systemwechsel wieder hin zu iOS, dann ist die Apple Watch einer der Gründe und so ist es auch gekommen und ich finde, dass beide Geräte zusammengehören und es ist eines der Argumente für iOS, weil die Apple Watch im Gesamtpaket meiner Meinung nach die beste Smartwatch auf dem Markt ist und wir packen sie heute aus. Es hat sich zwar nicht so viel getan im Vergleich zur Series 7, wir sehen hier Series 8, silbernes Aluminium Case mit 41 mm, aber ich habe mich doch für diese Uhr entschieden, einerseits wegen der alten silbernen Gehäusefarbe, die immer sehr schön und klassisch ist und zum anderen wegen der Temperatursensoren. Ja, ich weiß, ich kann natürlich nicht von dem Zyklus-Tracking Gebrauch machen, klar, aber es ist trotzdem ein interessanter Sensor, auch im Schlaf dann die Temperaturdatenveränderungen zu sehen, das interessiert mich. Natürlich genauso die EKG Sachen und so weiter, deswegen habe ich mich gegen die SE entschieden und die Ultra, die ist zu klobig und viel zu teuer. Wir haben dieselbe Verpackung wie in den letzten Jahren, das heißt eine äußere Box und wenn wir das hier auffalten, wir haben hier einmal schön so ein Origami Karton, der sich auffaltet und jetzt steckt mein Finger hier drin. Sehr schöne Verpackungserfahrung. Ja, das sieht schon gut aus. Wir haben hier tatsächlich auch die neuen Farben, also Apple hat da beim Verpackungsdesign sehr darauf geachtet, hier aktuelle Bilder und Symbole aufzudrucken. Genauso hier beim Watchface, das ist das neue Metropolis oder Metropolitan Watchface aus WatchOS 9, mit dem die Series 8 dann kommt. Und wir haben hier einmal die Uhr und das Armband. Ich habe mich für das Sportarmband entschieden, ganz klassisch. Das ist das blaue Sportarmband Schieferblau, die neue Farbe. Und diese Apple Watch habe ich mir selber konfiguriert im sogenannten Apple Watch Studio. Und es hat alles super geklappt. Das war beides auch in der Verpackung im Apple Store bei der Abholung. Also für die Leute, die sich wundern, Apple Watch Studio, das dauert nicht länger, wenn man da seine individuelle Konfiguration hat. Und das sind wie gesagt zwei Verpackungen. Und dieser Umkarton, den legen wir jetzt einfach mal zur Seite. Und wir widmen uns zuerst, ich würde sagen, dem Armband. Die Uhr soll ja schließlich als spannendes Stück zum Schluss kommen. Das Sportarmband ist ein Klassiker, gibt es seit 2015. Aber die Farben sind immer wieder abwechselnd. Und ich bin ein großer Fan von blau-grau. Und deswegen habe ich mich für dieses Armband hier entschieden. Wir schauen mal, ob wir es aufkriegen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. So, und wir können es einmal zur Seite rausschieben. Und dann haben wir hier Apple Watch. Nochmal eine Erklärung, welches Ende wohin gehört. Und das Armband. Gefällt mir die Farbe, muss ich ehrlich sagen. Wir haben hier einmal das kleinere Stück. Das werde ich, glaube ich, brauchen. Meine Handgelenke sind nicht so groß. So, das kleine Stück. Und dann noch das andere Stück. Kommt direkt aus der Folie raus. Sehr schön. So, das packen wir jetzt einmal zur Seite. Und das Armband, ja, gefällt mir. Also vom, ja, vom Anfühlen, vom Gefühl her in der Hand. Wir kommen da gleich zu. Sondern wir kommen jetzt erst mal zur Apple Watch. Das Watch Face, das gefällt mir sehr gut. Und auf der Rückseite sehen wir nochmal Series 8, 41 mm. Die 45 mm Version ist mir viel zu groß. So, dann haben wir hier einmal auf der rechten Seite wieder wie beim iPhone gerade die Klebestreifen. Einmal rechts und einmal links. Und dann können wir gleich den Deckel nach oben anheben. Ah, schön. Wir haben hier die Uhr in so einer Papphülle. Das war damals bei der Series 4. Die habe ich auch mal ausgepackt. War allerdings nicht meine eigene. In so einem Pappumschlag. Damals war das aus Filz. Jetzt geht das Ganze auch wieder in die Recycling-Richtung. Ich werde diesen schönen Umschlag hier, hier ist auch nochmal alles schön eingraviert. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. So, designt bei Apple in Kalifornien und 41 mm. Und ich versuche das jetzt hier mal rauszuschieben. Mal schauen, wie gut das geht. Ohne das hier kaputt zu machen. Der nächste Käufer in, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren soll sich ja auch schließlich an der Verpackung erfreuen können. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Na? Aha. So, fertig. Und wir haben hier die Uhr. Ja, sieht eigentlich so aus wie der Vorgänger. Aluminium, Silber. Nicht mehr diesen Champagner-Tint, den man von der Polarsternuhr letztes Jahr kannte. Und den es dieses Jahr auch gibt. Ja, immer weiterhin dieses schöne Design auf der Rückseite mit den Blutsauerstoffsensoren, mit dem Herzsensor. Alles aus Keramik auf der Rückseite und eben das Aluminium-Gehäuse. Ja, sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Die Kanten sind auch alle glatt. Also, ich habe hier kein Montagsgerät. Und ich freue mich auch auf diese Uhr. Ich weiß, es ist ein kleines Update gegenüber der Series 7. Aber es ist trotzdem immer noch eine solide Apple Watch. Und wenn man nicht diese globige, sehr teure Ultra haben möchte, die ja übrigens denselben Prozessor und dieselben Gesundheitssensoren hat, mit Ausnahme der GPS und neuen Tauchsensoren, dann ist das hier immer noch, denke ich, ein sehr guter Kauf. Wird sich aber alles im Review zeigen. Lieferumfang, nichts Besonderes. Hier weiterhin das 1 Meter USB-Kabel, auch mit einem Aluminium-Pack, wie ich gerade sehe. Und ja, und hier sind keine Aufleger dabei, sondern nur die Standardanleitungen. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich werde jetzt erst mal das iPhone einrichten und dann danach die Uhr. Vielleicht können wir schon mal die Uhr ins Armband reinsliden. Ja, einmal oben. Und einmal unten. Ja, sieht nett aus. Ich werde mir dann aber sicherlich einige andere Armbinder noch zulegen für andere Anlässe. Da schaue ich mal, ob ich an irgendwelche Hersteller rankomme. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Tschüss! 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 Tschüss!